Sehr geehrte Zuschauer, der Elbekanal ist ein lokaler Fernsehsender, welcher bereits seit über 14 Jahren hier in Schönebeck auf Sendung ist. Senden tun wir in das Kabelnetz von Telekolumbus. Derzeit noch nicht auf Sendung sind wir im Kabelnetz von Kabel Deutschland. Nachdem diese auf digital und analog umgestellt haben, sind wir derzeit noch daran, das Ganze dann so zu ermöglichen, dass wir dann auch dort empfangbar sind. Sollten Sie weder einen Kabelanschluss von Telekolumbus noch von Kabel Deutschland haben, können Sie trotzdem die Sendung des Elbekanals verfolgen. Dazu gibt es zum einen natürlich die App für die Smartphones. Darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, sollten Sie dann über einen Internetanschluss verfügen. Sehr geehrte Zuschauer, nachdem wir Ihnen in der letzten Ausgabe gezeigt haben, wie man den Elbekanal auch auf dem Handy per Smartphone-App empfangen kann, möchten wir Ihnen heute zeigen, wie Sie denn den Elbekanal auch im Internet schauen können. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich öffne einfach mal den Webbrowser hier bei uns, in dem Fall ist das Firefox. Und dann ganz einfach entweder bei der Suchmaschine beziehungsweise direkt eingeben, elbekanal.de. Das dementsprechend anklicken, starten und schon öffnet sich die Startseite des Elbekanals. Hier sehen Sie auf der linken Seite zum Beispiel die ganzen News, dort noch einmal zum Nachlesen. Im oberen Startbereich die aktuelle Sendung, ein Bild dazu und natürlich dann auch die Themen aufgeführt, was denn alles in der Sendung so dabei ist. Einfach den Ansehen-Button klicken und schon geht es dann mit der aktuellen Sendung los. Hier nochmal die Inhaltsangabe, nochmal die Themen aufgelistet und Sie sehen, Ton lauter gemacht und schon geht es dann los. An dieser Stelle sei natürlich erwähnt, dass diese Internetplattform bzw. dieser Stream hier im Internet natürlich nur eine verringerte Qualität hat. Da es dementsprechend für das Internet aufbereitet wurde. Das heißt, wenn ich es jetzt auf Vollbildschirm großziehe, dann ist die Qualität dementsprechend, wie es eine Flash-Datei fürs Internet nur hergibt. Man sieht, was ist. Im kleinen Format ist das Ganze dann schon ein bisschen genauer und dementsprechend kann man sich dann hier jede Sendung anschauen. Wir gehen nochmal zurück zur Startseite. Dort sehen Sie dann auch diesen Bereich Programmarchiv. Auf der Startseite gibt es die zurückliegenden drei bis vier Sendungen noch einmal direkt zum Nachlesen. Dort auch dementsprechend dann anklicken zum Ansehen. Oder Sie gehen direkt auf Programmarchiv und dort haben Sie dann noch einmal die Sendung der zurückliegenden vier bis fünf Wochen oder auch darüber hinaus noch einmal aufgeführt und zum Ansehen. Ich scrolle einfach mal runter. Hier haben wir zum Beispiel die Sendung vom 9. Oktober oder vom 12. Oktober. Dort einfach auch den Ansehen-Button klicken und schon sind wir in der Sendung vom 16. Oktober. Hier sehen wir nochmal die Themen und eine kurze Inhaltsangabe. Ja und schon geht es los. Das wäre die eine Variante, wie man den Elbe-Kanal dementsprechend im Internet schauen kann. Ich möchte Ihnen darüber hinaus noch eine weitere zeigen. Und zwar sind wir als lokaler Fernsehanbieter ja unterstützt beziehungsweise reguliert durch die Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Und dieser hat ein Medienportal errichtet. Es gibt zwei Wege. Einfach die direkte Adresse eingeben oder wir gehen einfach wieder auf die Suchmaschine. Medienportal Sachsen-Anhalt. Und dort auf der ersten Stelle sieht man es schon www.medienportal-lsa.de. Das einfach anklicken und schon sind wir auf der Seite des Medienportals und Sie sehen auch hier schon, der Elbe-Kanal läuft. Es ist ein Portal für diverse Medien aus Sachsen-Anhalt. Zum einen die lokalen TV-Sender im kommerziellen Bereich, dann im nicht kommerziellen Bereich und natürlich auch die Radiosender. Dort sehen Sie sie alle aufgeführt. Elbe-Kanal.om, rbw und vieles mehr. Hier an erster Stelle, wie gesagt, der Elbe-Kanal. Einfach anklicken, sollte er nicht laufen. Dann haben Sie hier dementsprechend das Programm. Auch hier ist natürlich Ton dabei. Man muss es einfach nur lauter machen. Ja und dort bin ich dann dementsprechend gerade zu sehen. Sie haben auch hier die Möglichkeit, das Ganze auf Vollbildschirm etwas größer zu machen. Die Qualität hier ist ein wenig besser als auf der Seite des Elbe-Kanals direkt. Hängt damit zusammen, dass das ein direkter Stream ist. Das heißt, das, was wir gerade in das Kabelnetz hier in Schönebeck schicken, wird per hoher Geschwindigkeit Internetleitung dementsprechend hier gestreamt. Ja, das sind die beiden Varianten, die beiden Möglichkeiten, wie Sie den Elbe-Kanal auch im Internet schauen können. Neben dem Smartphone gibt es also diese beiden Möglichkeiten. Ja, da bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen viel Spaß zu wünschen. Und ich hoffe, man sieht sich, ob im Fernsehen, im Internet oder auf dem Handy.